Vater, fick dich, du Hohensohn, okay? Fick dich! Alter, du Arschloch, ey! Fotze, Schlampe, ich fick deine Mutter, sowas kommt ganz oft vor. Hier, komm, ihr Schweine! Ihr Schweine! Ihr Schweine! Fugst du das 40 Mal? Oha! Sonja Nikolaus und ihr Ausbilder Lars Rapper sind auf dem Weg zum nächsten Einsatz. Verstanden. Und die macht mich an. So, erst mal, sie haben gesagt, er hat sie geschlagen, also das auf jeden Fall, ne? Ja. Ins Gesicht, oder? Ins Gesicht, in den Magen, überall, in der hat mich getreten, in der hat mich geschlagen. Ins Gesicht, da kann ich jetzt so, ja, ist ein bisschen rot, ne? So ein bisschen. Ist ja alles weiß, wie kleine Kinder. Ja. Ich hab's uns hier gesagt, ey, lass uns drin, ey. Ich will ja nicht. Aber sie will ja nicht. Sie ist ja keiner. Ich wollte beweisen, du muckst auf. Und ich soll alles schlucken, Erroll. Ich will gar nicht mehr, dass du mich ansprichst, ey. Ich will doch die Wahrheit sagen. So, dann reden sie doch gar nicht beieinander. Und dann hoffen wir, dass sie dann auf jeden Fall nach Hause kommen. Und er, müssen wir mal gucken, ob er dann irgendwo anders unterkommt. Doch, sie kommen jetzt mit zur Personalienfeststellung. Das denk ich aber doch. Und sie verschwinden, bitte. Das ist okay. Sie nehmen die Hände aus den Taschen. Sie lassen die Hände aus den Taschen. Haben Sie gehört? Und da bleiben die jetzt. Wo sollen sie sonst bleiben? Hinter dem Rücken, oder? Genau, im schlimmsten Fall das. Und jetzt kommen sie mit, und zwar da hinten zu dem Kollegen. Ich nehme dir die Hände aus der Taschen. Zwei Sekunden später ist die Hand wieder in der Tasche. Und da kann es auch mal dazu führen, dass ich dieses, gerade aufgrund dessen, was ja überhaupt nicht schlimm ist, dass ich das, und er macht es ja auch unbewusst, oder sie. Dieses ist ja ganz normal, die stehen ja heute alle so da. Und das ist unbewusst wieder rein. Nimm mir die Hände aus den Taschen. Und das kann dazu führen, dass die Situation eskaliert. Sie kommen jetzt mit, da hinten zu dem Kollegen. Witz noch, oder was? Bleib ruhig! Hey! Vorsichtig, Freundchen! Warte, ich geh nach dem Kopf, ich geh im Kopf. Auf den Bauch jetzt! Fahr dich runter! Zurück! Hey! Es ist Ruhe! Auf die Knie! Auf die Knie! Hey, hey, hey! Finger weg! Hey, ganz ruhig! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Jetzt ist Ruhe, ey! Die Situation droht zu eskalieren. Pfefferspray soll die Angreifer in Schach halten. Was? Was? Das ist so gut! Das ist so gut! Hey! Jetzt gut! Jetzt gut! Jetzt gut! Jetzt gut! Jetzt gut! Aufstehen! Hey! Was war die Scheiße, Mann? Weg! Papa, ich war mir wieder mal ein Bullen, John! Was? 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 Was?